Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Unterstützung für die Ukraine. Spenden für Menschen in Not. Unterstützung durch Spenden. Solidarität für die Ukraine. Unterstützung durch Spenden. Solidarität für die Ukraine. In der Ukraine, die sich in essentiellen politischen Umbrüchen und anhaltenden Konflikten befindet, sind Spenden für viele Menschen lebensnotwendig geworden. Die Spenden tragen dazu bei, die lebensnotwendigen Grundlagen zu sichern und elementare Menschenrechte zu gewährleisten. Die Ukraine, eines der ärmsten Länder Europas, leidet unter einer Vielzahl von Herausforderungen, sowohl politischen als auch gesellschaftlichen. Die Menschen benötigen finanzielle Unterstützung für Nahrung, Medizin, Bildung und den Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser. Sie benötigen dringend humanitäre Hilfe. Spenden. Ein Lichtblick in der Krise. Spendenkampagnen weltweit und Organisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe, das Internationale Rote Kreuz oder UNICEF leisten enorme Unterstützung. Die Spenden dieser Organisationen tragen dazu bei, die dringendsten Bedürfnisse der Menschen in der Ukraine zu decken und ihnen neue Hoffnung zu geben. Erhebungen offenbaren, dass die durch diese Organisationen bereitgestellten Gelder einen wesentlichen Unterschied gemacht haben. Quelle Deutsche Welthungerhilfe. Bericht 2023. Wie kann man helfen? Die Unterstützung der Ukraine kann auf vielfältige Weise erfolgen. Durch Geldspenden oder Sackspenden, durch die Teilnahme an Benefizveranstaltungen oder durch ehrenamtliche Arbeit. Es gibt viele Organisationen, die dazu beitragen, die Situation in der Ukraine zu verbessern und die Menschenrechte dort zu schützen. Diese Organisationen bieten verschiedenste Möglichkeiten für jeden, der helfen möchte. Quelle UNICEF, Bericht 22. Fazit Die Unterstützung der Ukraine durch Spenden ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen der Menschen dort. Obwohl die Lage schwierig ist, tragen Spenden dazu bei, Hoffnung zu erwecken und einen positiven Wandel herbeizuführen. Jeder, der dazu beitragen kann, wird dringend gebeten, dies zu tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Autor Anita Farke, Freitag, 26. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.